So, wir sind endlich zurück zu... Let's play, Devil May Cry! Und ich woanders, an einem Ort, also von der vorigen Folge, geht es daran, dass ich Aufnahmeproben gemacht habe und, ich sag nicht noch, an Gegenständen... Russen Lebensstern habe ich noch, Russen... Eine Golden Kugel habe ich noch. Ungesundheitskreuzbruchsturk. Okay, geht es daran, dass ich... halbwegs gesagt, dass ich das Aufnahmeproben gemacht habe und noch bis hierhin gespielt habe. Ja, und... Bei den Dingen kann ich verrecken und da... Ah, warte mal... Ah, das ist gut. Ah, okay. Muss ich mal wieder reinkommen, so... So kann ich auch mal... Okay, aber so... Das war so, da sind irgendwelche Typen... Ich hab auch keine Ahnung mehr, wo die Story ist. Egal. Ich mach dann erstmal ne... ... kurzen Cut hier. Habt ihr gedacht? Da ist grad Besucher aufgetaucht. So ein Scheiß. Ja, ich muss... Bis gleich. So, sind wir wieder zurück. Meine Mutter ist wieder zurückgekommen aus Kaschau. Da wo heute früh die... ... die Kanzlerin anscheinend... ... gefrühstückt hat. Ich glaub meine... Ey, wie unhöflich bitte. Ich glaub meine... ...mutter anscheinend wird... ... der Kanzlerin mal gefrühstückt. Nein, ja gut, so irgendwie auch nicht. Mehr oder weniger... ... äh... Ah, okay. Da sollte ich nicht hin. Mehr oder weniger... ... in der Nähe gesessen, sagen muss ich so. Aber sie hat mich gesehen. Ich hab mich gefunden. Ich wusste gar nicht, dass sie da ist. Oh, was ist denn da für Typen, Alter? Boah, mit Joy-Packen. Sau ungewohnt. Ja, ja. Weg mit euch! Bäm. 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 Weg mit ihr! So! Ich kann wieder aufnehmen? Ich hab schon... Was kann ich dir sagen dazu, ne? Ich hab schon... ... ein W2 aufgenommen. Mit Freunden. Muss ich nochmal gucken... Ob ich das hochladen kann? Weil nicht jeder, den ich kenne, finde das ist damit einverstanden. Ja, gibt natürlich Gründe, warum man das machen kann. Best Frame wird immer noch nicht als das beste Hobby angesehen bei beruflichen Dingen, aber na egal. Inzwischen haben die Dämonen deine Anwesenheit im Ostflügel gemerkt. Wird Zeit, dass du verschwindest. Ja, merk ich schon. Ja, dankeschön. Ah ja, stimmt ja. Ah ja, richtig. Ich bin ja bei Mundus im Hauptquartier. Ja, merk ich erst jetzt, ja. Ihr habt's gemerkt. Ich merk ich erst jetzt. Entschuldigung, muss ich mal anders hinsetzen. Ja, was kann ich noch dazu sagen, ne? Geile Scheiße, kann ich jetzt nur sagen. Geile, geile Scheiße. Und... Komm schon, Vergil. Halt durch, Dante. Vergil, pass bloß auf, dass du nicht den Schutzmechanismus auslöst! Bingo. Bingo. Schön wär's, ne? Hab's gewusst. Nicht, Bingo! Verdammt! Virtual, du darfst dich nicht in den Windows zerren lassen. Sonst können wir die Server nicht mehr hacken. Wenn du erwischt wirst, ist alles aus. Ich kann es schaffen. Was? Wie? Wie, du kannst es schaffen? Was? Wie jetzt? Ja, Arsch! Nein! Was ist das für ein Scheiß? Ja, sicher! Oh Gott! Boah, leck mich! Klar! Arsch! Jetzt geht das wieder los! Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Weg mit dir! Hey! Ja, komm! Weg mit dir! Ja, komm! Hier! So! Ah, scheiße! Weg mit dir! Na, komm! Na, 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 na! Nicht zu schlagen! Na? Na komm! Steh wieder auf! Ja, entschuldige! Aber komm her! Na! Ja, komm! Wann sonst rein? Ja, komm! Ja! Ja! Derман! Ja! 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 Vergiss es. So. Kein Problem. Muss da dann. Ja, ja, die gibt es ja auch noch. Richtig. Alter, ich habe alles aus dem Spiel vergessen. Das ist unglaublich. So. Was passiert hier? Einsammeln. Die sind immer hinten über Ports Hunt. So. Schön. Verbesserung. Äh, Aquila. Ja, das war es. Gegenstände. Ja, den kann ich mir gar nicht mehr reißen. Ich komme mir noch mit einer goldenen Kugel zum Notfall. Da lang. Ich muss sagen, wo ist der große Lebenstern? Das ist ja auch langsam vom Acker. Nee. Hier drüben. Dort wirst du dich mit Virgil treffen. Scheint, als hätten wir Kat unterschätzt. Ich nicht. Sie bedeutet dir viel was. Dabei hast du mal gesagt, dir wäre alles scheißegal. Nimm den Aufzug zur 184. Etage. Hier, Dante, nimm das. Was ist es? Ich habe es einem Sicherheitsbeamten abgenommen. Es ist eine dämonische Waffe. Im Limbus ist die sehr mächtig. Danke. Ach, das ist Tode. Du begibst dich in der echten Welt bis zum Munduskammer. Dante, vom Limbus aus gibt es keinen Weg. Also musst du den Westflügel nutzen. Neu war freigeschaltet. Kabullo eh. Schießt explodierende Pfeile, die Gegnern feststecken und manuell ausgelöst werden. Aha, X plus A springen. Finde den Übergang zum Westflügel. Warte. Ah, okay. Interessant. Ein Elektroschocker oder was? Okay. Geht drauf, Alter. Ja, wie geil! Woh, wollen wir noch einen? Nein, okay. Ich mag die Dinge. Ich mag sie. Ich mag sie. Oh ja, ich mag sie. Ich mag sie. Ich mag sie. So, ganz gechillt, ne? Da dann. Finde ich gut. Oh, der Schrank. Der war jetzt ein bisschen offensichtlich, Leute. Oh, schön. Oh. Ich mag das nicht. Mir gefällt das ganz und gar nicht. Hier spielt langsam alles verrückt. Du musst noch durch fünf höllische Stockwerke nach oben. Ach. Ich hoffe, du schaffst es. Es wird nicht leicht. Ach, danke schön. Scheiße, geht nochmal. Nein! Na, egal. Ich habe das nicht. Es ist höllisch Fahrstummusik Äh Zu diesem Zeitpunkt solltest du den Hauptkern drehen, Dungeon Du musst irgendwie in ihn einrichten Irgendwie Na, Schlucki Na komm Lass uns spielen Ach, jetzt kommt, Alter Hä? Ah, okay Nicht gut Wuii Aua Ah, okay, ich hab verdient. Na komm, ich weg mit dir. Wuii! Wat? Oh! Wuhu, Alter, was? Dricker, was? Hä, ich hab grad schon gefehlt. Oder auch nicht. Ja, was willst du? Oh, ja komm! Wann dir so eine Kack-Kamera-Position, ey? Ah, warte mal, ich muss meinen Gegenstart vernutzen. Dankeschön. Ja, komm, Alter! Ja. Schnuggi-Post. Ach Mensch. Zu langsam? Oh Gott! Doch nicht so langsam! Der gefällt mir dazu. Der gefällt mir nicht. Oh! Oh Mensch. Das ist das. Na komm. Oh! 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 Komm schon! Ich geh drauf! Oh! 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 Vergiss es! Bam! Vielen Dank.